Hallöchen meine Freunde des AIMS und heute gibt es mal ein kleines Infovideo hier, kam ja schon länger kein richtiges Video mehr und deshalb wollte ich heute mal ganz kurz ein Infovideo raushauen, denn ich habe mal hier so die Upload-Tage, die Stream-Tage ein bisschen überarbeitet und das wollte ich hier in dem Video mal ganz kurz loswerden und zwar notiert euch in euren Kalender den Mittwoch, der Mittwoch wird ein Horror-Stream-Day, genau, also da werde ich Horror-Stream, wenn ich Bock habe, also der ist nicht so ganz safe, aber Mittwoch wird dann immer Horror kommen, wenn ich Lust habe, also den könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben und zwar von 20.30 Uhr bis 10 Uhr kommt ein Horror-Stream und dann geht es direkt weiter am Freitag und zwar um 20.30 Uhr auch bis 22 Uhr gibt es dann irgendein Game, worauf ich gerade Bock habe, also da gibt es kein bestimmtes Game, sondern irgendein Game, worauf ich gerade Bock habe und dann am nächsten Tag, also am Samstag gibt es einen geilen Sims 4 Stream von 19 bis 22 Uhr oder ein bisschen länger, da weiß ich noch nicht so, wie lange ich da mache, je nachdem wie ich Bock habe, aber das könnt ihr euch mal in den Kalender schreiben, denn das wäre sehr episch, wenn ihr dabei seid, für alle, die dir aktiv zugucken, ne? Und ja, dann am Sonntag habe ich vor, immer ein normales, also so ein Video wie jetzt hochzuladen, nur brauche ich Ideen, die ich gerade nicht habe und falls ihr irgendeine geile Videodee habt, schreibt sie unten in die Kommentare, da werdet ihr mir sehr mithelfen und das war es dann auch schon hier mit dem kurzen, knackigen, fast, na, über zweiminütigen Video und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Stream oder im nächsten Video am Sonntag, ne? Denkt dran, lieber aimen statt flamen, ich bin raus, bye!